Was ist denn jetzt los? Kicken wir an! Scheiße! Also 2€ 2,50€ Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Youtube Video von mir Heute fahre ich mal wieder zum Kanal weil es ist bombastisches Wetter wir haben 30 Grad und ja mit dabei ist jetzt noch ein Rollerfahrer der habe ich auch schon mal in einem meiner ersten Videos und ja gleich kommt Mozart auch noch dazu aber der kann ja später und ja ich dachte mir so auf dem Weg zum Kanal kann ich mal wieder wunderbar einen Motovlog aufnehmen und ja ich weiß Leute es kam schon lange kein Video mehr aber ja irgendwie war es so warm also es war teilweise echt schon zu warm um zu filmen beziehungsweise hatte ich auch abends wie abends dann keine Lust mehr das Video dann noch zu schneiden und ja ich hoffe da habt ihr Verständnis für aber Leute denkt dran spätestens wenn ich mal eine MT-07 habe dann kommen wieder regelmäßig Videos also ich versuche dann auch mal so 2-3 Mal in der Woche ein Video hochzuladen und ja dabei kommt noch Urlaub weil ich muss ja immer noch lange arbeiten und so aber ja ich denke mal dann wird es besser so Leute hier ist er grad mal wieder am Tankstop also an unserer geliebten Tankstelle er hat für 3,62 Euro getankt also 2,29 Euro und ja kennt ihr diese Tankstelle noch da war ich mal ähm mit einem 125er Fahrer also da waren wir auch im Kanal und da äh hatte der ja kein Sprit mehr da musste der hier Not tanken und da hatten die zu weil sonntags war oh man war das witzig Leute springt der an der Pegasus hey krasser P-Takt-Roller was der Roller zieht mich ab der hat aber echt einen guten Anzug aber jetzt natürlich gegen eine Simmel keine Chance mehr und ja Mototata hat sich jetzt grad auch mal gemeldet dass er äh später kommt beziehungsweise dass er grad losgefahren ist aber ja heute soll es ja richtig lange warm bleiben also ich hab gehört es soll wie um 21 Uhr immer noch äh so ungefähr 25 Grad sein und ja man muss ja nicht schon um 6 Uhr mehr zuhause sein ne oh ich seh grad unsere geliebte Bandschranke ist mal wieder rot man kennt's ja die ist immer rot wenn ich zum Kanal fahr ja wow interessant ja irgendwie hab ich viel ich hab mir sonst ja 35 Grad oder so wär ja richtig scheiße geht er an? ne was denn jetzt los? kick mal an ja der kickstarker ist am Ars scheiße ey warte lass mal da vorne links hinschieben Beule da links das Ding ist der kickstarker als am Ars ne jawohl jetzt geht er so ne aber der verkeilt sich manchmal aber der verkeilt sich manchmal jetzt oder? ja das läuft dann komisch komisch so Freunde endlich sind wir wieder angekommen am guten alten Dortmund Ems Kanal sieht voll aus ja ja freuen den glöss däger was denn hier los den iiiiiiii ups sollen wir mal kurz gucken so far habe ich es hier glaube ich noch nie gesehen Leute, nachdem wir am Kanal waren also auf dem Rückweg da habe ich die GoPro dann wieder angestellt also ich hatte die wo wir schwimmen waren und so in meiner Tasche aber ja auf jeden Fall war die dann auf dem Rückweg dann plötzlich vollkommen überbelichtet ich habe dann nichts daran verändert oder so ich habe irgendwie schon gedacht ob das vielleicht irgendwie dunst oder so sein konnte aber ja jetzt zuhause ist die immer noch so also wenn ich jetzt den ISO Wert runter stelle dann geht es wieder aber auf den gleichen Einstellungen wie vorher da ist die immer noch überbelichtet aber ja ich habe echt keine Ahnung ob das irgendwie wegen der Hitze kam oder so oder ob die einen Schlag weg hat aber ja da wäre auch noch jetzt 2 Wochen Garantie noch drauf also ich habe die dann jetzt seit knapp einem Jahr aber ja ist einfach sehr ärgerlich ja sitzt das rote Kabel im Adapter ja gut oh springt der an Leute springt der an wir müssen noch 30 Kilometer fahren und meinst du so kann ich fahren ja klar jetzt er springt an Leute natürlich geht der an Leute kennt ihr das wenn man sich nicht einig wird ob man zu Burger King oder zu Meckes fahren soll das haben wir gerade Moin Moin ich nehme aber auch Z18 ja dann wäre das für dich auch 44 jo so so also 2 Euro 2,50 äh 3 Euro 12 Sekunden später 4,10 4,30 4,50 tschau erst mal jetzt hier im Park unser Essen essen wenn ich gerade so eine Maske vergessen hatte so so da wären wir und ja dann würde ich sagen war es doch mit dem Video natürlich aber auch natürlich Hardwriters wir sind kurz vor den 10k dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Leute haut rein und ciao bis zum bis zum bis zum